Hallo und herzlich willkommen hier bei uns bei BILDNER TV. In euren nächsten Urlaub solltet ihr unbedingt eine App einpacken und zwar den Google Übersetzer. Ganz egal ob handschriftlich oder mündlich oder per Kamera, diese App liefert euch coole Ergebnisse und tolle Übersetzungen für noch mehr Urlaubserlebnis. Wie es funktioniert, verraten wir euch natürlich in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen, hier ist BILDNER TV und wir gehen heute ein bisschen auf Urlaub. Wir machen eine Reise nach Italien, haben uns den Google Übersetzer eingepackt oder draufgeladen aufs Smartphone. Hier übrigens nutzen wir heute ein iPhone, das heißt der Google Übersetzer läuft im iOS genauso gut wie unter Android und wir wollen das Ganze ein bisschen ausprobieren, ein paar Situationen, die man so erlebt und wie man da den Google Übersetzer eben verwenden kann. Erste Situation, ja wir sind mal unterwegs und sind in einem Laden und haben was Schönes entdeckt und fragen danach, ob es das auch in einer anderen Größe gibt. Als erstes starten wir natürlich mal unseren Übersetzer dazu. Also hier bei mir am Smartphone gehe ich zu meinen Google Apps und gehe zum Google Übersetzer. Was ich immer am Anfang machen muss natürlich ist, dass ich die richtigen Sprachen auswähle. Also ich tippe jetzt hier auf Deutsch ein. Im linken Bereich ist quasi meine Ausgangssprache in Anführungszeichen und hier ist dann die Zielsprache. In diese Sprache soll übersetzt werden. Wir sind in Italien, also machen wir aus Englisch dann Italienisch. Ich zeige euch nochmal ganz kurz, wenn ihr da drauf geht, seht ihr dann eine unendliche Liste von Sprachen. Also ihr werdet da mit Sicherheit fündig werden. Wir brauchen eben vom Deutschen ins Italienische. Und mein Text ist jetzt eben gleich, den ich fragen möchte. Haben Sie vielleicht auch diesen Pullover in einer größeren Größe? Das gebe ich jetzt mal hier ein, bei Text eingeben. Also hier mein Text oder die Frage, die ich fragen möchte. Und hier die Übersetzung ins Italienische. Könnt ihr jetzt hergehen und quasi diese Übersetzung meinem Gegenüber zeigen. Aber was natürlich schöner ist, ich spiele das Ganze ab. Und dazu gehe ich einfach auf das entsprechende Lautsprechersymbol. Klingt schon mal ganz gut. Mal schauen, ob er auch den Pullover in einer größeren Größe hat. Also hier kann ich dann meine Übersetzung als Sprachausgabe wiedergeben. Und hier dieses Symbol zum Beispiel, dieses Kopieren-Symbol ist dafür da. Also wenn ihr diesen Text, die Übersetzung benötigt, könnt ihr das hier in die Zwischenablage kopieren. Und vielleicht bei einer WhatsApp oder irgendwo in einen anderen Text eben mit einbauen, die Übersetzung. Was gibt es noch für Situationen, dass man vielleicht irgendwo unterwegs etwas liest, ein Wort. Und weiß nicht ganz genau, was heißt denn das Ganze. Dazu gehe ich jetzt wieder hier in meinen Startbildschirm und drehe das Ganze mal um. Das heißt, ich habe hier was auf Italienisch entdeckt und möchte es auf Deutsch erkennen. Dazu klicke ich auf diesen Doppelpfeil. So, jetzt habe ich Italienisch als Ausgangssprache und bin immer auf der Straße unterwegs und möchte eben ein Wort eingeben, was ich gerade entdeckt habe. Firmata steht da drüber über dem Schild. Was heißt das eigentlich? Also gebe ich mal Firmata ein. Und hier gibt es dann auch, seht ihr gleich unten ein paar Vorschläge, welchen Zusammenhang das ist. Vielleicht steht auch ausgeschrieben dort Firmata del Autobus. Dann wähle ich das hier. Und dann ist klar, die Firmata ist die Bushaltestelle. Und auch die könnte ich mir wieder ansagen lassen, wenn ich vielleicht das Wort irgendwo verwenden möchte. Oder auch wieder in die Zwischenablage kopieren. Also auch einzelne Wörter ruckzuck übersetzt mit ein paar Vorschlägen, wie denn das Ganze auch, in welchem Zusammenhang das sein könnte. Zwei ganz einfache, ganz simple Funktionen. Jetzt wird es aber um einiges interessanter. Und zwar die Kamera-Funktion ist sehr fein, wie ich finde. Und zwar, wenn wir zum Beispiel im Restaurant sind und lesen die Speisekarte und möchten wir wissen, was steht da eigentlich drauf. Ja, schauen wir uns das Ganze mal an. So, ich gehe jetzt wieder zurück. Zunächst auf unseren Startbildschirm. Finden wir hier oben links. Und jetzt brauchen wir die Kamera-Funktion. Unten rechts auf das Kamera-Symbol klicken. Was möchte ich tun? Ich habe hier eine Speisekarte. Liegt normalerweise vor mir, ist klar. Aber hier haben wir sie auf dem Bildschirm projiziert. Und die ist auf Italienisch und auch noch in Englisch. Mal schauen, ob man beides übersetzen kann. Wir brauchen natürlich als Ausgangssprache Italienisch wieder gewählt. Und wir möchten das Ganze ins Deutsche übersetzen. Also ich aktiviere jetzt mal das Kamera-Symbol und gehe hier über die Speisekarte. Und ihr könnt gleich sehen, dass hier alles übersetzt wird, Stück für Stück. Mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter. Aber wir können hier genau lesen, aus was die Pizza oder was auf der Pizza für ein Belag vorgesehen ist. Und wie wir sehen, übersetzt das meint das Italienische ins Deutsche und auch gleichzeitig das Englische ins Deutsche. Also eine sehr clevere Lösung das Ganze. Wenn ich jetzt hier nochmal mit der Kamera auf diesen Text gehe, dann habe ich nicht nur die Möglichkeit, die Übersetzung im Live-Betrieb zu machen, sondern ich könnte das Ganze jetzt auch hier abfotografieren. Das heißt, ich gehe hier auf den Button einmal und mache im Grunde ein Foto. So, und jetzt könnte ich diesen übersetzten Text zum Beispiel wieder in die Zwischenablage kopieren oder wiederum zum Kugelübersetzer schicken. Und ich kann hier oben im oberen Bereich über diesen Schieberegler auch auswählen, ob ich denn jetzt die Übersetzung angezeigt haben möchte oder wiederum den Ausgangstext. Also auch hier sämtliche Möglichkeiten. Über das X komme ich wieder aus diesem Modus heraus. Gleich zeige ich euch noch eine weitere Top-Funktion beim Google-Übersetzer und zwar die Dolmetscher-Funktion. Wie das funktioniert, alles dazu gleich. Urlaub macht man, um auch schöne Fotos zu machen für schöne Erinnerungen. Und wie ihr Fotos hinbekommt, zum Beispiel mit jeder Menge Herzchen und Daumen nach oben, also mit Like-Garantie. Das zeigen wir euch in diesem Buch hier, Smartphone-Fotos mit Like-Garantie auf bildnerverlag.de. Könnt ihr euch auch gleich die ersten 75 Seiten gratis herunterladen. Also schaut vorbei bei uns auf bildnerverlag.de. Einkaufen im Shop, unterstützt uns auch gleich direkt hier mit den Videos bei Bildner TV. So, wir machen gleich weiter, wieder mit unserem Google-Übersetzer. Man will auch ein bisschen Gespräche führen im Urlaub oder man ist in Situationen, wo man schnell irgendwas vielleicht dem anderen gegenüber mitteilen möchte. Der sollte auch die Möglichkeit haben, auch gleich zu antworten. Wir probieren das Ganze aus mit der Dolmetscher-Funktion vom Google-Übersetzer. So, die findet ihr ganz einfach und zwar unten im linken Bereich auf Unterhaltung gehen. Was passiert jetzt? Ich werde eine Frage auf Deutsch stellen. Die wird dann gleich ins Italienische übersetzt und auch ausgespielt. Und dann wollen wir quasi das Gegenüber antworten lassen auf Italienisch, das wiederum ins Deutsche übersetzt wird. Also wir starten jetzt unsere Unterhaltung. Dazu klicke ich unten links. Wie komme ich zum Kolosseum? Wie komme ich zum Kolosseum? Also, das ist übersetzt worden und gleich ins Italienische ausgegeben. Jetzt versuche ich einmal den Gegenpart zu spielen. Dazu muss ich dann unten rechts klicken, also hier unter Italiano. Das Mikrofon aktivieren heißt, für das Gegenüber schalte ich jetzt das Mikrofon ein, damit dann übersetzt werden kann. Also, man kann hier wunderbar einfach Dialoge aufnehmen, so Stück für Stück, und kann kleinere Gespräche führen, aber es geht eigentlich sehr flott, sehr schnell und ich hoffe, wir finden auch den richtigen Weg zum Kolosseum. Wenn jetzt ich wieder antworten möchte, müsste ich zunächst wieder auf Deutsch das Mikrofon aktivieren und dann wieder das Gegenpart auf Italienisch mit dem Mikrofon arbeiten oder ich nutze die Funktion in der Mitte, dieses Mikrofon mit ein paar Sternchen, also eine Zauberfunktion. Die Sternchen stehen immer für KI, das heißt, die wird permanent übersetzt. Also, ich könnte das Mikrofon mitlaufen lassen in der Mitte und es wird hier permanent eine Übersetzung stattfinden. Kann man mal vor Ort ausprobieren, wie gut das Ganze funktioniert. Bekomme ich jetzt so nicht hin für euch. Und dann gibt es beim Google Übersetzer noch die Möglichkeit, dass man handschiftlich, also schnell mit dem Finger hier auf dem Display etwas hinschreibt und es wird sofort übersetzt. Zeige ich euch kurz. Dazu geht ihr hier auf die Texteingabe, auf das Stiftsymbol oben rechts. Tippe ich einmal an und schreibe jetzt hier in diesem unteren Bereich einfach mit dem Finger einen Text hinein, zum Beispiel Parkhaus. Ich hoffe, ihr könnt es lesen, so wie ich hier mit dem Finger schreibe, aber funktioniert. Parkhaus wird mir hier oben angezeigt und kann es auch gleich wieder wiedergeben. Also auch diese Funktion ist manchmal vielleicht ganz hilfreich, schnell irgendwas hinzuschreiben. Und was müsst ihr noch wissen zum Google Übersetzer? Ihr könnt euch alle Sprachen auch offline auf das Smartphone laden. Das heißt, es funktioniert dann auch, wenn ihr zum Beispiel keine Internetverbindung habt, dann bedient sich quasi dann die App aus dem Speicher heraus. Wie geht das? Sehr simpel. Und zwar wähle ich auch hier in diesem Bereich wieder eine Sprache aus, so wie wir das bereits kennen. Also ich tippe hier auf die Sprache und könnte jetzt zum Beispiel bei Deutsch hier rechts daneben den Pfeil auswählen, auf herunterladen. Und dann ist zum Beispiel Deutsch im Speicher vom Google Übersetzer. Und ich könnte die deutschen Übersetzungen eben auch offline nutzen. Und was wählen wir noch dazu? Italienisch nehmen wir noch dazu für den Urlaub. Englisch ist schon vorinstalliert worden. Und ansonsten habt ihr generell, seht ihr die Möglichkeit, in der Liste der Sprachen, überall wo ihr diesen Download-File seht, könnt ihr eine Sprache für den Offline-Betrieb in die App laden. Also ziemlich coole, feine Einstellungen, wie ich finde, um, wenn man im Ausland unterwegs ist und man ist der Sprache nicht ganz mächtig, hier schön Konversationen zu führen, sich Informationen zu holen, gut informiert im Urlaub zu sein und schöne Momente einfach mitzunehmen. Apropos, ihr könnt natürlich mit Google auch noch ein bisschen mehr in Sachen Urlaub und Urlaub genießen. Zum Beispiel gibt es eine neue Funktion bei Google Maps, wie ihr eine Liste zusammenstellen könnt, eure Lieblingsorte, die auch mit anderen teilen, die können dann ebenfalls ihre Lieblingsorte mit integrieren. Wie das Ganze geht, seht ihr hier in diesem Video, das haben wir euch hier verlinkt. Und dann sehen wir uns auch schon bald wieder hier bei uns bei BILDNER TV. Bis dann! Bis dann! Untertitelung des ZDF, 2020